Kürze Prozesse, erledige 15 Bolts. 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 unser Vater? Oh nein! Zack, du kam! Mein Plan war nicht so. All of a sudden, es verändert, und ich konnte es nicht mehr kontrollieren. Aber ich konnte es aus der Kraft aus der Kraft. Es kann sich jetzt nicht reparieren. Hör, als Oceanhorn erwartet, wird es versuchen, dich mit dem Tod. Sicher, dass du bereit bist. Du bist ein schwerer Kind. Und du hast deine Mutter's strength. Die Licht in dir. Das macht dich einen Schritt weiter. Das ist etwas, was ich noch nie hatte. Wenn das alles vorbei ist, wir sollten uns in der Grave besuchen, und erzählen dir alles über deine Gelegenheit. Oh! Nein, es geht wieder. Geh, Kind. Geh mir, und sich selbst. Die lebendige Festung Oceanhorn. Oh! Ich möchte die noch gar nicht besiegen. Hallo, Freunde! Nein! Ich habe eine Flöte. Moment. Ich kann sicher mit der Flöte was tun. Ich muss nur irgendwann mal die Zeit finden, um zu schalten. Oh nein! Flöte! Okay. So, ich schmeiße einfach Krüge rauf. Ist das jetzt schon so 100% fertig? Nee, oder? Moment. Ja doch, 100%. Okay. Ich mache einfach mal alles, die Füße kaputt. Na toll. Ich heile mich mal. Ähm. Als ich das mit den Heilsabern hinbekomme. Ziel für Heilmagie wählen. Naja, mich wählen wir denn sonst. So. Bitte wieder auf. Auf. Oh! Ah, das trifft mich hier. Alter! Das trifft mich hier nicht. Ich möchte eigentlich nur Pfeil und Punkt. Gut, ein bisschen trifft es offenbar. Da kannst du dein Herumsausen lassen. Ich wollte ja eigentlich noch gar nicht zum Empress vordringen. Ich bin ja doch noch viel zu früh. So. Kann ich hier auch irgendwie wieder rausnähe, oder? Ah, okay, okay. Ich habe einen der Füße kaputt gehauen. Ah, okay. So ist das. So. Moment. Ich glaube, ich checke es. Ich habe es kapiert. Boah, die Musik ist echt ein bisschen laut. Ja. Bisschen laut. Ich brauche... Moment. Ich muss mich kurz hier hinter verstecken. So, gut. Ah, jetzt kann ich hier... Ah. Okay, okay. Verstehe, verstehe. Ich muss diese Dinger reinpropeln. So, gewehr. Schieße Laser. Schieße deine Todesstrahlen. So. Gut. Das Ding reinpropeln. Ja. Ah, und jetzt ist hier vorne eine Sphäre zum Abknallen. Lalalalalalalala. So. Und es geht wieder los. Ich meinte, ich könnte mich eigentlich mal kurz heilen. Ja, dazu habe ich den Heilsauber ja bekommen, der jetzt drei Herzen heilt. Warum habe ich jetzt... Warum habe ich jetzt... Es ist so witzig, dass ich manchmal beim Schild keine Sphäre habe. Warum habe ich jetzt keine Sphäre beim Schild? Ist das nur ein Anzeigefehler? Wahrscheinlich, oder? So. So. Oh nein. So, komm. Geh hier mal ein bisschen weg wieder. Ja, ja. Ja, komm. Was ist denn jetzt los? Alter, was machst du? Oceanhorn. Was machst du? Genau, das wollte ich eigentlich. So. Moment, Moment. Und schlitz, schlitz. Und schlitz, 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 schlitz. Ja, komm, du stirbst, du böses, riesengroßes Ungetüm. Passt. Oh, er schmeißt Bomben. Oh nein, er schmeißt Bomben. Nein. Warum? Warum ist sich das jetzt nicht ausgelöst? Nein, Bomben, Bomben. Nein, Autsch. Autsch, Autsch, Autsch. Hallo. War dieses... War dieses Laserumlenken ist echt so mies. Oh, ich... Ich denke mal, ich sollte ein bisschen besser aufpassen. Ich heile mich lieber mal. Tada. So. Okay, das hat gut funktioniert. Komm, mach Laser. Mach den Laser. Ähm, ja. Oh. Verdammt. Ich wollte gerade sagen, ich habe länger Zeit. Ich kann... Die Bomben sind aber echt große. So. Einmal wieder. Sehr gut. So. Zack. Jetzt haben wir. Dann hier mal kurz die Krüge. Autsch, Alter. Oh, Bomben. Ich meinte, kurz heilen. War jetzt nicht ideal, dass ich genau im Laser drin gestanden bin, während ich geheilt habe. So. So, kommt das... Die eine Hand... Ja, was ist... Warum... Warum hat das jetzt... Ich verstehe nicht. Manchmal funktioniert das mit dem Abtreib nicht gut. Oh, die Bomben, die sind schon stark. Ich brauche Ausdauer. So. Ja, komm. Komm her. Lustiges Vieh. Ach, jetzt schmeißen wir Bomben. Ah. Ja, toll. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Laser, komm. Laser. Ach Gott. Das wird so weit. Der Rauch ist wichtig. Irgendwie, als würde sie mich absichtlich nicht treffen mit dem Laser, weil sie genau weiß... Also sieh ich. Für mich ist das leiblich. Oh, schnell, schnell! Komm, der Schaffer, der Schaffer, ja! Und der Final Cut. Kann ich noch? Ziel für Heilmagie, komm! Tada! Habe ich mich noch schnell geheilt. Oh oh. Verdammt. Das Vieh ist abgehauen. Wo bin ich denn jetzt? Oh oh. Das ist es, Vater. Der letzte Blut. Ich probiere es, Vater. Bleib hier. Oh nein, Vater. Er fällt mitten ins Meer. Oh oh. Lebendige Festung Oceanhorn. Das hatten wir schon mal. Version 2. Oh toll, mein Hals aber hat nicht mehr funktioniert. Das ist auch klar, da. Super. Tada. Nein. Ich versuche jetzt erstmal... Oh. Ach, das Dome ist der Phantom-Ding. So, ich versuche jetzt erstmal... Ah, okay, 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 verstehe. Muss ich jetzt irgendwo hauen, oder? Ah. Hilfe, was ist mit mir? Achso, ich bin los. Ich bin in den Graben, also in den Dingens reingelaufen. Komm her! Lass mich doch von dir nicht verarschen. Böse Zamm. Alter, wir sind hier. Hilfe! Ich sollte vielleicht ein bisschen Acht geben. Schön, dass hier so Bolts herumlaufen. Ja, da bekomme ich immer wieder tolle Sachen. Komm, wir müssen echt ein bisschen weg von diesem Strom. Ja, ich habe ihn einmal getroffen. Ich hätte das Herz holen sollen, das wäre wichtig gewesen. Dunkle Apostel. Ah. Komm her! Rein ins Wasser mit dir! Zurück in die Tiefen! Ähm. Was? Ich übernehme Kontrolle! Ah, ist okay. Ist okay. So. Jetzt wissen wir, Oceanhorn wird von einem dunklen Apostel kontrolliert. So. Wie ging das letztens? Okay. Na, sehr gut. So, ich heile mich kurz. Ich muss das ausnutzen, wenn ich mein Glück gerade habe. Habe ich den Vorherz zu langsam besiegt, irgendwie? Würde ich eh gleich glauben. So, komm her. Okay. Keine Ahnung, ob ich das jetzt überhaupt richtig mache. Wahrscheinlich ja nicht. Ah, das ist ein Herz. Ja, das ist vielleicht jetzt eher suboptimal, das Herz zu nehmen. Boah, Alter, diese Bomben, die sind so stark. Nein, ich... Ich bin fast tot. Hallo, warum ich stecke jetzt in Oceanhorn fest? So. Habe ich eigentlich mein... Ich habe mein... Ich habe mein Ding ins Herz nicht mehr. Was ist denn da los? Ich dachte, das hält mich komplett wieder auf. Alter, ich bin tot. Oh. Okay, gut. Ich bin tot. Ähm... Ich würde sagen, Leute... Ähm... Ich würde sagen... ...was wir dem Boss noch nicht machen. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen, aber ich möchte zuerst noch die 100% bekommen. Ich möchte ehrlich gesagt die letzte Insel noch irgendwie. Es fehlt ja immer noch eine Insel. Wo bekomme ich die letzte... Das ist... Das ist doof. Das finde ich jetzt echt schade. Wo würde ich die letzte Insel bekommen? Hm. So, also wir laufen auf jeden Fall wieder raus. Ich muss Holzkisten zerstören und... ...Skelette töten und so Sachen. Moment, das... Ich muss mir das jetzt ein bisschen aufschreiben. Sorry, Moment. Ich mache ein Notepad auf. So. Hey. Also, wir haben... ...Bots. Ja? Holzkisten. So, das haben wir uns jetzt alles schön aufgeschrieben. Ich meine, die Frage ist, was es mir überhaupt bringt. Ja, das weiß man nicht so genau. Wenn ich das jetzt mache... So. Oh nein, nicht ins Wasser. Ich zaube nur rüber da. So, hopp. Nein! Ich wollte doch... Oh, ernsthaft. Dummdi-dum-di-dum-di-dum. Jetzt muss ich nämlich wirklich nochmal auf jede Insel fahren. Hm. Aber wo könnte ich die letzte Insel bekommen? Weil es fehlt immer noch eine Insel. Die Frage ist echt... Aber ich glaube, das müsste das letzte Monster sein, ja? Ja. Und ich möchte ja natürlich auch noch die letzte Stufe hier, Stufe 15 erreichen. So, auf zur Weltkarte. Ja, weil mir fehlt... ...immer noch... ...eine... ...eine Insel. Die Frage ist aber echt, ob ich halt diese Insel... Ich weiß es ja nicht, ja? Kim im Volk sagt, der Hammer eigentlich haben wir zu 100%. Okay, ich habe... Ich glaube schon, dass ich alles zu 100% habe, oder? Komm, ich fahre mal zu Hermits Insel. Vielleicht weiß er was von uns. Für uns. Dü-dü-dü-dü-dü. D-dü-dü-dü-dü. So, alles kaputt hauen. Hey!